Die Tür ist offen. Okay. Okay. Hä? Ich muss jetzt mit dieser Sicht durchblicken. Das ist... Allein die Sichtweise ist sehr strange. Aber hier ist nichts, hier ist alles versperrt. Das heißt, ich muss doch wieder da rein und den Weg weiter. Okay, gehen wir mal nochmal. Durch und suchen Kaini. Das ist... Oh Gott! Was macht Jona nur? Wo sucht die sich bitte Maka? Was ist denn das? Scheiße. Okay. Habt ihr das auch gehört? Da hat jemand Hilfe gerufen. Ich such dich, Junge. Was ist das? Die Bildung hat verändert. Was zur Hölle? Ich hab Angst. Figuren. Schöne Statue, aber... Ihr Ausdruck ist irgendwie schmerzverzerrt. Ja, ja, ja. Komm schon. Lass uns weitergehen. Moment. Hier geht was. Nicht mit rechten... Hier ist die Kiste. Ein Board Tutorial. Versteckte Items. Vergeschaltet. Okay. Oh, ein Leuchtti. Mondschlüssel erhalten. Die Bilder haben sich aber gerade auch verändert. Oh Gott. Ich bin kein Horror-Spieler. Was macht die mit meinem Ernst? Das ist... Los kann ich nicht und mag ich nicht. Aber ich kann kloppen. Wahrscheinlich sind die jetzt wieder ganz anders. Ne, sind sie nicht. Okay. Dunkelheit war das. Vielleicht das nicht kloppen? Ne. Okay. Wollen wir weiter? Ach Gott, ich werde heute Nacht nicht ruhig schlafen können. Ähm... Wow! Oh mein Gott! Fick dich! Mach das nie wieder! Ich bin hier raus! Mondschlüssel verwendet. Oh Gott! Mein Herz! Stern! Oh mein Gott! Oh! Die... Spinne! Was? Die kann ich ausnehmen! Was zur... Wiesenspinnenseite erhalten! Oh mein Gott! Das Spiel ist doch krank! Das wird ihr Freund sein! Du bist ein Adult. Ein Mann. Vielleicht... 40? Blind. Okay. Ich bin nicht hingelaufen. wie eine gemeinsame Lande-Mammel. Äh! Oh Gott! Aber genug von dieser introduktiven Chat. Lass uns deine Geschichte hören. Mein Name ist Emil. Ich bin der Master dieser Mann. Du bist der Kind, der eine Lettere zu meiner kleinen Mädchen? Lettere? Ich weiß nicht nichts über eine Lettere. Nein, natürlich nicht. Suche Dinge wird viel zu einfach. Okay. Das macht es nur noch gruseliger. Nein! Bleib zurück! Ich bin sorry. Es sind meine Augen. Alles, was ich ansehen, wird in Stein. Deswegen ist alles hier so. Das ist, warum ich mit diesem Schraubchen lebe. Was eine wunderschöne Leistung. Ich habe nie von solchen Dingen gehört. Insofern... Mein Butler weiß mehr über die Lettere, die du geteilt hast. Meine Klau kann irgendeine Tür in der Manöre auslösen. Also, wenn du mich folgst... Das ist okay. Du kannst eine Runde aufhören, oder? Oh. Well, ähm... Okay. Hier ist die Klau. Die Butlers Quarters sind am tiefsten Ende der Manöre. Lass mich dir eine Klau geben. Es ist ein großes Ort, und ich will nicht, dass du verloren hast. Okay. Okay. Karte Wille erhalten. Sternenschlüssel erhalten. Oh. Es lag. Moment. Ich pausiere kurz bis gleich. Und hier bin ich wieder. Ich habe mich etwas von meinem Schock gerade eben erholt. Und muss mein Headset ein bisschen leiser drehen. Und... Hab was gegessen und die Lacks behoben. Okay, wir haben die Karte, wir haben den Sternenschlüssel. Ich glaube, du solltest keine Kine. Lass sie. Die Frau ist genug, auf ihr eigenes. Wahrscheinlich. Okay. Die Geräusche mag ich nicht. Sternenschlüssel verwendet. Okay, hier ist es scheint. Mehr Regänge zu geben. Ich gehe zuerst nach links. Der Butler. Ich finde den so schnell. Was ist das? Ein Butler. Oder zumindest so etwas ähnliches. Aha. Ich wusste, das war eine Trappe. Körse meine brillante Intuition. Okay. Somebody. Anybody. Hier. Hä? Hat er was an der Decke? Ah, Kronleuchter. Ich dachte, da hängt jemand. Gott, das sind zu viele Türen. Nichts. Ich muss natürlich... Boah. Alle Türen checken. Ich bin ja eh so dumm. Gott. Mein Herz. Spinne. Aua. Diese... Scheiß Spinn. Viecher gehen mir übelst auf... Boah, leckt das gerade. Auf Sack. Was? Alten. Direkt, wie heißt sie? Nicht nur ekelhaft? Wegenbogen Spinnenseite erhalten. Auch hässlich und ekelhaft. Okay, nach links wieder zuerst. Geh doch rein. Okay. Ein Leuchti. Lichtschlüssel erhalten. Boah. Natürlich. Ich glitsch. Fuck. Sonst war es mich in diese Ecke, wo die Viech drin ist. Gott. Oh, mein Herz. Mahes erhalten. Items finden. Plus 6 Prozent. Scheiße auf. Braucht keiner. Okay. Das ist ekelhaft. Blut? Geh. Lichtschlüssel verwendet. Der Butler. Oh. Ist das... ein anderer? Was so? Yeah. It moves. What? What's the matter? Sir? The... This? Yes. This is my Butler. He helps me out around the manor. He's a good man at heart. But a bit inflexible. Almost like a statue. Yes. And I do apologize for that master Emil. Hmm. I doubt he's even human. Oh, God. Look, someone sent a letter to my daughter. Hmm, yes. I wrote the letter. Please forgive my impertinence in sending it. As you may know, master Emil, deeply pained by his eyes, has shut himself away from the world. He suffers greatly behind that blindfold. And I feel it is my duty to help however I can. I heard tale of your courageous exploits. And so I sent a letter under master Emil's name. But I received a response from one Miss Yona instead. So you wrote the letter? I did, sir. My letter merely requested that you come to the manor. I meant no ill intent. I believe Yona saw the exchange somewhat differently. She's just a kid. She probably didn't understand what was going on. Regardless. I am quite pleased to see you here. Long have I dreamed of the day when we could cure master Emil's eyes. I think you want a doctor. I'm just a big guy who kills things. Couldn't have said it any better myself. Well, well, off we go then. Typisch weiß. Please, we're so close. The cure for master Emil's condition is located in this very manner. So why don't you just go get it? The location of the cure has become a den for those abominable shades. And I like the skill to combat them.